Die Wannsee-Schule ist seit 1972 zunächst als Krankenpflegeschule gegründet und beinhaltet heute die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, die Physiotherapie-Schule, die Ergotherapie-Schule und die Akademie für Fortbildung und Weiterbildung für Gesundheitsberufe. Pflege umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung von Menschen aller Altersgruppen, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule verfügt über 260 Ausbildungsplätze. Die Ausbildung findet in der Schule und den Kliniken statt und wird vergütet. Über die Inhalte, die das Krankenpflegegesetz vorgibt hinaus, bieten wir Kinästhetik, basale Stimulation, Validation, Sterbeseminare, progressive Muskelentspannung und gesundheitsfördernde Gymnastik an. Der Unterricht erfolgt nach modernen und innovativen Lehr- und Lernmethoden, die zum lebenslangen Lehren und Lernen befähigen. Die Ausbildung für die Pflege soll insbesondere dazu befähigen, die folgenden Aufgaben eigenverantwortlich auszuführen. Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation der Pflege. Leben ist Bewegung. Mit dieser so schlicht klingenden Einsicht beantwortet der berühmte Tänzer und Choreograf John Neumeyer die Frage, wie er denn Leben definiere. Die Physiotherapie-Ausbildung verbindet die theoretische Ausbildung direkt mit dem Praxiseinsatz am Patienten, angeleitet durch Fachlehrer der Schule und erfahrene Physiotherapeuten in den verschiedenen Berliner Kliniken. Der Tätigkeitsschwerpunkt von Physiotherapeuten liegt in Behandlungen am Bewegungssystem. Dabei wird zunächst eine eingehende Untersuchung durchgeführt, aus der sich die physiotherapeutische Diagnose ableitet. Kreativität, Empathie und die Fähigkeit auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen, ihn zur Mitarbeit zu motivieren und seine Selbstständigkeit zu fördern, werden hierbei eingesetzt. Absolventen schließen mit dem Staatsexamen und in Kooperation mit der Alice-Salomon-Hochschule mit dem Bachelor of Science ab. Physiotherapeuten arbeiten in einem erfüllenden Beruf. Mit Prävention und Therapie erhalten sie die Lebensqualität von gesunden und verhelfen Erkrankten zu mehr Wohlergehen und schnellerer Genesung. Die Ergotherapie-Schule der Wannsee-Schule ist die drittälteste in Deutschland. Das derzeit hauptberufliche Lehrteam besteht aus neun erfahrenen Ergotherapeutinnen, die alle eine pädagogische Zusatzqualifikation absolviert haben. In der Gestaltung der Ausbildung zum Ergotherapeuten sieht es das Team der Wannsee-Schule als seine Aufgabe an, fundiertes Wissen zu vermitteln, aktuellen Theorie-Praxisbezug zu gewährleisten, eine stetige Auseinandersetzung mit der sich zu entwickelnden Ergotherapeutenrolle zu ermöglichen und die Prinzipien der Erwachsenenbildung anzuwenden. Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken. Hierbei dienen spezifische Aktivitäten und Beratungen dazu, den Menschen Handlungsfähigkeit im Alltag und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen. Die Akademie bietet ihnen rund ums Jahr zahlreiche Fortbildungen, Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen für Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialwesens an. Erfahrene und renommierte Dozenten aus allen Bereichen der Gesundheit, des Sozialen und der Wirtschaft bringen sie und ihr Wissen schnell und mit Spaß auf den neuesten Stand der Dinge. Auf Wunsch übernehmen wir für sie auch die Planung, Organisation und Durchführung von Inhouse-Fortbildungen direkt in ihrem Haus. Bequemer geht es wirklich nicht. Unsere Mitarbeiter setzen unsere pädagogische Kompetenz zielgerichtet um. Wir stellen den Menschen mit seiner Persönlichkeit ins Zentrum unserer Handlungen und orientieren uns an einem humanistischen Bild vom Menschen, in dem jedem Menschen seine unantastbare Würde gegeben ist. Wir streben in allen Stufen des Bildungsangebotes einen hohen Lernerfolg an und setzen dazu zeitgemäße Lehr- und Lernformen ein. Wir schaffen Voraussetzungen für Erfolgserlebnisse, die motivieren und das persönliche und berufsbezogene Selbstwertgefühl heben. Haben Sie Fragen zu unseren Ausbildungsbereichen? Dann schauen Sie vorbei oder informieren Sie sich auf unserer Homepage.